Für die Zukunft, ja dann bauen wir, ja dann bauen wir einen Klassenraum, der fliegt, dann entdecken und dann lernen wir vor Ort mit allem, was man zum Forschern braucht an Bord. Dann lernen wir mit Energie aus dem Klassenfenster Geografie. Man kapiert oft mehr, wenn man's von oben zieht, wenn die Klasse über Kontinente fliegt. Wo nehmen die Kinder nur die Energie her? Ganz sicher auch von der OMV, die heute schon für die Energie von morgen sorgt. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. OMV www.feyyaz.tv